So, weihnachtliche Musik jetzt hier bei uns wieder im Wohnzimmer und da geht es um einen ganz besonderen Wunsch, den wahrscheinlich alle Leute haben, dass Weihnachten möglichst die ganze Familie zusammen ist, dass man zusammen singt, vielleicht sogar musiziert unterm Tannenbaum und ihr macht das wirklich so toll und wir freuen uns auf ein ganz klassisches Weihnachtslied jetzt von Angelo Kelly und seiner Familie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020